Wir Piraten werden in der EU für eine gesunde Lebenswelt und für eine gesunde Umwelt zuschauen. Granzwärter von den Lebensmitteln sollen mehr streng kontrolliert gehen. Bioprodukte werden europaweit ohne TWA verkauft gehen. Die Produktion von Lebensmitteln an den Supermarschern soll gespannt und nur Leute von der Straße verdehlt gehen. Will ja für ein mehr gesunde Europa löst zwei Piraten.